Eyo, was geht? College-Football-Rückblick ein bisschen später als sonst heute am Tag. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, aber ich nehme es jetzt mitten am Tag auf quasi. Mann, Munke, ich hätte eigentlich einen Kurs gerade, aber der ist doof und das ist egal. Auf jeden Fall nehme ich das Video jetzt auf, gehe danach zur Uni für einen anderen Kurs, gehe danach ins Gym und dann lade ich es hoch. Also es kann ganz schön 21 Uhr sein oder so. Ist ja aber egal, wenn ihr das Video jetzt guckt, dann guckt ihr es. Wir reden über ein paar Spiele, die passiert sind am Wochenende und wir werfen einen Blick auf die Rankings. Nochmal, es gibt verschiedene Arten von Rankings. Coaches werden gefragt, Medienleute werden gefragt oder das College-Football-Playoff-Komitee wird gefragt. Komitee steigt immer erst später in der Saison ein, das war jetzt vorletzte Woche und die veröffentlichen innerhalb der Woche ihre Ratings auch immer erst am Mittwoch so ungefähr. Ist natürlich, bevor ich das Video hier aufnehme. Deswegen nehmen wir nach wie vor die Medien-Rankings rein, weil das am Ende meistens die sind, die am nächsten mit dem College-Football-Playoff-Ranking zusammenhängen und ganz am Ende, wenn es wirklich in Richtung Playoffs geht, reden wir natürlich auch über die Rankings. So, erstes Woche-Elf-Spiel, über das wir reden, ist Michigan. Die waren vorher Nummer 6 in den offiziellen College-Football-Playoff-Rankings und in unseren Rankings, hier wir uns angucken, waren die, glaube ich, 8 oder so. Haben gewonnen gegen Penn State, wenn auch nicht sehr eindeutig. Bei Penn State hat Sean Clifford ein ganz gutes Spiel gemacht, auch wenn die Completion-Percentage am Ende nicht so geil aussieht. Und Kate McNamara gefällt mir eigentlich wirklich immer recht gut. Das Ding ist, dadurch, dass sie dieses Jahr das Ganze mit J.J. McCarthy so komisch gemanagt haben, ich bin super gespannt darauf, wie es nächstes Jahr läuft. Das Rushing-Game von Michigan war insgesamt an sich gut drin, aber das Witzige ist, wenn man sich das Rushing-Game anguckt, Donovan Edwards hat 1 für 1, glaube ich, oder 2 für 1 oder 2 für 2, irgend sowas in dem Dreh auf jeden Fall. Hassan Haskins hat über 30 für über 150 Yards. Und ansonsten hast du halt noch, ich glaube, 4 bis 10 irgendwas in dem Dreh Rushes, die alle für Minus Yards gehen. Das heißt, Hassan Haskins hat halt fast alles gemacht und der ist das richtige Rushing-Game, sage ich mal. Und der ist bei 5 pro Carry und das restliche Team ist bei Minus pro Carry, sodass du am Ende bei unter 4 rauskommst. Heißt, das Rushing-Game hat gut funktioniert, sieht aber, wenn man sich den finalen Durchschnitt anguckt, nicht so geil aus. Auf der anderen Seite, Penn State Rushing-Game war raus, hat gar nicht funktioniert, unter 3 gewesen am Ende. Auch wenn dann natürlich der eine, war das ein End-Around oder so, der halt super weit hinten getacklet wurde, wenn der da ziemlich, ziemlich reinzieht. Der Leading-Rusher war hier, sage ich mal, auch über 4. Aber Sean Clifford ist halt auch häufig gerannt und das hatte Michigan komplett unter Kontrolle. Ansonsten war es ein Spiel mit vielen Turn-Overn und wenn man sich das Endergebnis anguckt, 21-17, sieht man ja schon, dass es sehr spannend war. Aber, beziehungsweise viele Turn-Overs auch gar nicht richtig. Viele potenzielle Turn-Overs, sagen wir so. Am Ende waren es, glaube ich, nur ein Turn-Over auf jeder Seite. Aber es gab viele Fumbles, die dann halt irgendwie entweder aufbounds oder recovered wurden, selber wieder. Es gab gedroppte Interceptions und so weiter. Ja, also insgesamt, Penn State fehlen irgendwie ein bisschen die Explosive-Plays, wenn Jahan Dodson sie nicht macht. Und wenn der Gegner Jahan Dodson aus dem Spiel nimmt, dann ist da halt nichts Explosives drin. Sieht man halt auch daran, dass Penn State 21 Third-Downs hat, was sehr, sehr viel ist. Davon sieben converted, ist ein Drittel. Ist nicht sonderlich gut, aber, ja. Und Jahan Dodson kann halt nicht alles alleine machen, gerade wenn er rausgenommen wird. So, am Ende hat er über 60 Yards bei 9 Catches. Aber wenn du ihm das Tiefe quasi wegnimmst, wie eben schon erwähnt, dann fehlt Penn State das explosive Passing-Game. Und deswegen sind die am Ende nur 6-4, weil die einfach zu wenig Production haben offensiv. Oklahoma verliert gegen Bayland. Oklahoma war vorher schon, ich glaube, 8 oder 9, warte, die Zahl müsste ich sagen, ich glaube 8, in den College Football Playoff-Rankings, in unseren Coaches-Rankings waren die höher. Aber da hat auch jeder, der ein paar Spiele von denen gesehen hat, dieses Jahr, gewusst, okay, das ist eine Frage der Zeit und dann droppen die eins. Weil die so viele Spiele nur knapp gewonnen haben, Aufholjagden gegen schlechtere Gegner schlecht gespielt haben und so weiter. Caleb Williams, der ja vor ein paar Wochen Spencer Rattler setzt hat, dem ist jemand auf die Hand gelatscht. Der hatte insgesamt auch keinen guten Tag. Generell, vorher, nachher, alles. Spencer Rattler kam für ein paar Snaps rein, war ganz gut, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite, Gary Bohannon war stabil genug, um das Ganze rumzureißen und die Defense von Baylor hat das Ganze vor allem gerissen. Und natürlich dann die Rushing Offense, die Oklahoma gar nicht unter Kontrolle hatte. Auf der anderen Seite, Kennedy Brooks sah nicht so gut aus, beziehungsweise das Runblocking für Kennedy Brooks und Kennedy Brooks, die sahen beide nicht sonderlich gut aus. Also, ja, das ist ein verdienter Sieg. Und wenn man sich das anguckt, das ist halt auch kein krasser Upset. So, weil Baylor hatte vorher zwar zwei Niederlagen, aber war trotzdem 7-2, 8-2, 7-2 und war auf 13 gerankt in den offiziellen College Football Playoff Rankings. Turnover waren hier exakt gleich in dem Spiel, zwei auf beiden Seiten. Third-Down-Conversion nimmt sich auch nicht wirklich was. Das ist dann einfach wirklich nur in Situationen, dass Baylor da die Nase vorn hatte. Vielleicht hier und da auch das Quäntchen Glück, aber am Ende kann man nicht von einem unverdienten Sieg reden. Mississippi State hat gewonnen gegen Auburn. Beide Teams, ne, absolute Up-and-Down-Saison, mal ein schlechtes Spiel, dann die nächste Woche wieder gut, dann wieder schlecht, dann nochmal schlecht, dann gut und alles sehr, sehr, sehr verrückt. Bonnix war gar nicht sonderlich schlecht, würde ich sagen. Zwei Touchdowns, fast 400 Yards, aber auf der anderen Seite Will Rogers, der Quarterback von Mississippi State, hatte halt über 400 Yards und sechs Touchdowns, keine Interceptions. Also sehr, sehr starkes Spiel da. Das ist auch wieder nur reingenommen, um euch quasi zu sagen, es gibt so viele Teams, die auf dem gleichen Niveau spielen. Noch mehr als in der NFL sogar. Und das Ding ist, in der NFL sind die Leistungsschwankungen von Tag zu Tag, die sind deutlich kleiner, die Teams sind dafür vielleicht in einem engeren Fenster. Das heißt, wenn du insgesamt so ein Potenzial hast, von wie gut oder schlecht man sein kann, schlecht oder gut, was auch immer, dann bewegt sich die NFL halt in so einem Rahmen hier. Und dann sind halt kleine Schwankungen, reicht schon, wenn dann zwei genau gegeneinander gehen, Bills haben einen schlechten Tag, Jaguars haben einen guten Tag, dann gewinnen halt auf einmal die Jaguars. Und im College ist es ganz ähnlich, bloß halt auf einem größeren Rahmen. Das heißt, ein Team, was theoretisch hier spielt, kann dann auf einmal mal hier unten Tag haben und andersrum genauso. Und gerade in der Mitte bei diesen Teams, die, keine Ahnung, zehn bis die ersten zehn Teams, die nicht gerankt sind, in dem Bereich ist so viel auf einem gleichen Niveau. Und dann gewinnt halt einmal Mississippi State gegen Auburn. Und das war auch alleine schon so ein Ding, wo du wirklich gefühlt das Spiel komplett zweiteilen musst, weil die erste Hälfte Auburn eigentlich beinahe schon dominiert hat und die zweite Hälfte machen die dann nur noch sechs Punkte und Mississippi State macht 33. Also, ja. So, nächstes Spiel Nummer 11. Texas A&M hat verloren gegen Nummer 15 Ole Miss. Also auch wieder ein Beispiel dafür. Teams sind super eigen beieinander. Zach Calzada hatte überhaupt keinen guten Tag. Das ist der Quarterback von Texas A&M. Und auf der anderen Seite draftrelevant Matt Corral. Sah wieder aus wie ein guter Passer. 24 von 37 für ungefähr 250 Yards und hat schon keinen Pick. Aber das Interessante war, dass Texas A&M vorher eindeutig gesagt hat, wir lassen uns nicht kaputt scramblen von Matt Corral. Denn der sieht halt aus wie so ein Quarterback, der theoretisch nicht wirklich mobil ist. Ist aber super mobil, läuft super viele Yards. Ist ähnlich wie bei Sam Howell, wo du theoretisch auch erstmal denkst, ja, okay, der sieht sogar ein bisschen chubby aus. Pocket Passer, ha, ha, ha. Und dann rennt er dich kaputt. Gut, die haben Matt Corral bei 10 Rushes für minus 5 Yards gehalten. Klar, da sind immer noch ein paar Verfälscher drin, aber insgesamt kann man schon sagen, das war der Gameplan und der ist aufgegangen. Jerry and Ily had ein richtig gutes Spiel gehabt. Wer von euch das gesehen hat, wird es wissen. Bei Ole Miss auch statistisch gesehen 24 für 152 Yards. Und dazu dann halt noch durch die Luft ein paar. Aber ja, insgesamt war das ein Spiel, wo vermutlich die Defense von Ole Miss relativ viel rausgerissen hat. Die Fumbles von Matt Corral müssen nicht sein. Die waren teilweise ein bisschen Jameis-Winston-Syndrom, dass er versucht, da noch irgendwas zu machen. Aber am Ende hat es ja nicht gekostet, aufgrund der beiden Interceptions, die dann nicht wirklich den Tag gerettet haben. Ansonsten wäre es vermutlich sehr spannend gewesen. Aber ja, nur ein Turnover bei Ole Miss, zwei bei Texas A&M und am Ende gewinnt Ole Miss das Spiel. Alles klar, wir werfen einen Blick auf die College Football Rankings. Denkt dran, Medien Rankings. Und die kleinen Zahlen, Klammern, habe ich schon mal gesagt. Wir gucken rein. Georgia ist auf 1 nach wie vor. Alabama geht jetzt 1-2 oben und ist wieder auf 2 angekommen, weil Cincinnati zwar gewonnen hat, aber nicht sonderlich überzeugend. Und die deswegen einen Fall nach unten auf die 3. Oregon geht einen nach oben auf die 4. Ohio State geht einen nach oben auf die 5. Notre Dame einen nach oben auf die 6. Michigan State einen nach oben auf die 7. Genauso wie Michigan einen nach oben auf die 8. Oklahoma State geht einen nach oben. Und Ole Miss geht zwei nach oben auf die 10. Baylor geht sogar sieben nach oben auf die 11. Und dann haben wir den Grund dafür, dass die ganzen Teams alle 1 hochgerutscht sind. Oklahoma fällt 8 Plätze auf die 12. Wake Forest bleibt nach dem knappen Sieg auf 13. BYU bleibt auf 14. UTSA gewinnt knapp, bleibt auf 15. Texas A&M 5 nach unten auf die 16. Houston bleibt auf 17. Iowa geht einen nach oben auf die 18. So wie Wisconsin einen nach oben auf die 19. Pitt kommt 5 Plätze nach oben auf die 20. Arkansas ist wieder drin, aber neu drin, auf 21. Luzerna zwei nach oben auf die 22. San Diego State ist wieder neu drin auf 23. Utah ist wieder neu drin auf 24. Und NC State fällt und hält sich knapp in den Rankings. Vier Plätze nach unten auf die 25. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da ist. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.